Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im der Platinum Edition im LS17, heute am Samstag. So, wir müssen natürlich mit unserem Strafenprogramm weitermachen, das heißt, wir müssen, oder wir haben ja gesagt, wir wollen da hinten dieses Feld für uns beanspruchen, diese freie Wiese. Und ja, da müssen wir gucken, vielleicht schaffen wir da heute ein bisschen was. Ich habe einen Plan tatsächlich, wie wir das angehen mit den Bäumen und so weiter, mit dem Umflügen. Also Umflügen wird eine sehr schwierige Angelegenheit, glaube ich, aber ich kann es ja so machen, das wurde auch von euch so vorgeschlagen. Und zwar, dass ich einfach das Gebiet, was zu bearbeiten ist, einfach einmal außenrum fahre mit dem CP-Fahrer und ihm dann einfach sage, yo, lass mal einfach arbeiten, weißt du? Also, dass er das praktisch alleine macht, das Pflügen, während ich die anderen Arbeiten durchführe. Das wäre, glaube ich, schon eine ganz gute Variante. Ja, das müssen wir natürlich alles wieder anwerfen. Hier hatten wir ja einen Helfer im Einsatz, Zuckerrohrerde muss natürlich weitergehen, ganz klarer Fall. Und wir werden uns dann gleich mal jetzt den großen Stara schnappen und uns um die Bäume kümmern. Da habe ich schon eine Idee, eine relativ einfache Idee, wie ich schon sagen würde. Ja, einfache Idee, aber hoffentlich effektiv. Okay, läuft. Ich kann mir noch ein bisschen näher ranfahren, würde ich sagen, damit der das schon mal weitermachen kann. Mit dem Dünger und Zahlgut müssen wir jetzt auch mal gucken. Das wollte ich ja nicht umfüllen, das können wir gleich noch machen. Aber wie gesagt, erstmal schauen, dass der hier... Genau, der Stara, der kommt gleich zum Handkurs jetzt. Du kannst mich schon mal zum Händler fahren, weil da wartet ein neues Gerätchen auf dich, was ich noch nicht gekauft habe, aber kaufen werde. Und zwar habe ich mir überlegt, wie schafft man das, mit dem geringsten Aufwand die Bäume wegzuschaffen. So, jetzt werden viele sagen, ja, Kettensäge und... Kettensäge ist schon mal richtig, Kettensäge kommt um den Handkurs. Aber jetzt werden auch einige sagen, ja, auf den Hängerladen und wegbringen. Das wäre eine Variante, nur die Variante dauert lange. Das ist halt einfach so, die Variante dauert lange. So, die Variante B, die ich mir überlegt habe, dauert hoffentlich nicht so lange. Beziehungsweise fällt einfach der Faktor verladen weg, wenn man das so sagen darf. Wir haben ja da oben die Sägerei, das heißt, wir sind eigentlich ziemlich nahe daran. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, es mit der Salwinde zu machen. Weil mit der Salwinde kann ich, glaube ich, schon mindestens drei Stück, also drei Bäume mitnehmen und die dann einfach hier hochziehen. Ziehen, sage ich jetzt einfach mal. Und das läuft, weiß er. Und bevor ich da jetzt wieder einen Anhänger und so weiter kaufe und miete oder was auch immer ich mache, weil ich es einfach so machen werde, guck mal, was die Salwinde kostet. Wenn sie nicht zu viel kostet, dann werde ich die kaufen, sonst miete ich sie halt. Weißt du, aber ich glaube, die Salwinde ist nicht so teuer. Also die kann man ruhig mal kaufen, weil die, ich stelle sie irgendwann in der Ecke und dann ist gut, weiß er. So, das war jetzt schon mal nicht schlecht. Dann machen wir mal die restlichen Big Bags noch rein, also der restliche Big Bags, so muss man es beschreiben. Ich glaube, der Anhänger ist schon ganz cool. Und dann können wir dann einfach, da können wir eins so ein Gerät zusammenlassen, also eins so ein Mr. Ferguson plus dieses Horch-Ding ganz da vorne. Wenn das leer ist, fahren wir zum Händler, kaufen uns ein paar Big Bags, knallen das Ding voll und gut ist. Weißt du, ich habe die No-Collision-Camera nicht drin, fällt mir gerade auf. Ja gut, so, das war jetzt, glaube ich, Saabgut, jetzt haben wir noch, oder war das, ist egal. Irgendwas davon wird schon richtig sein. So, dann muss ich ein bisschen tiefer. 1000 Kilo, das ist glaube ich der Festdünger, also nicht Flüssigdünger, sondern der feste Dünger. Ja, geht aber auch so. Wenn wir jetzt noch ein Gewicht hätten, mit einem Ding hinten dran, jo, das nehmen wir dann mit, das Gewicht. So, und ich glaube, das war es von den Big Bags her, ne? Mehr Big Bags haben wir nicht rumstehen. Nö, das war es. Okay, wunderbar, schön. Dann, ähm, warum flackert denn das da hinten so? Habe ich irgendwie ein Mod-Problem? Glaube nicht. Guck mal, wie das flattert, seht ihr das? Jetzt nicht mehr, wenn ich weggehe. Komisch. Er hat gerade geflackert auf alle Fälle. Ich hoffe, es hat auch bei euch geflackert, sonst hätte ich, glaube ich, ein Problem. So, ah, warte, 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 nicht, nicht, nicht zu doll. So. Einmal rum, einmal ran, einmal vorbei. Zack. So, und Gewicht wird mitgenommen. Und ich hoffe, dass ich das jetzt noch ran bekomme, aber es sollte wohl funktionieren. Ja. Ja, läuft. Dann haben wir alles mit, was wir brauchen, ne? Machen wir das Rohr. Wie heißt das Rohr? Ne. Das machen wir wieder einklappen. Oh, das geht sich nicht aus, oder? Weißt du, weil, dann haben wir alles zusammen. Ich finde die Lösung, finde ich, richtig geil. Ich weiß, dass man das Ding, ähm, wohl auf den LKW packen könnte, diesen Aufsatz, aber habe ich erstmal keinen Bedarf für. Dipp, 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 dipp. So, da, da ist gerade der Seenmaschinenmeister, ne? Aber noch hat er Zeug. Okay, das ist nur für die Vorbereitung. Läuft. Oh, das muss ich anders machen. Dann muss ich weiter wegstellen, ansonsten bin ich ihn voll im Weg. Volle Möhre im Weg, halt. Helfer O, wer ist der Helfer O von euch? Ne, das ist der mit dem Raps, glaube ich. Müsste zumindest so sein. So. Ah, 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 das trifft sich ganz gut, weil er hat das Rohr auf der richtigen Seite momentan. Ah, schnell. Dipp, 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 dipp. Du bleibst jetzt hier stehen. Das hat nicht alles Platz, ne? Aber ein bisschen zumindest. Sonst müssen wir ganz kurz in Nachbarsfeld reinfahren, aber das muss jetzt abgeladen werden. Schneller, 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 schneller. Hat die Dame dann ein sommerliches Outfit an, oder wie ist das hier? Aber unbedingt, ne? Hier schön mit Flipflop, ne? Mit Flipflop, den mit den Drescher bedienen. Ja, kann man machen. Warum auch nicht? So, alles abgegeben. Ah, nicht schubsen, nicht schubsen, nicht schubsen, nicht schubsen. Aha, ich fahre schon wieder mit der letzte Henker hier. So. Das ist schon mal erledigt für die nächsten drei bis fünf Minuten. So, der Starer ist da. Gut, jetzt gucken wir mal, was die Salvierende kostet. Die habe ich nämlich schon mit reingenommen. Forst. 4500, die kann ich mir direkt kaufen. Da brauche ich gar nicht lange überlegen. Aber, was wir auch brauchen, ist eine Kettensäge. Und jetzt kaufe ich mal die McColor, irgendwas. Die kostet ja nicht gleich viel, deswegen ist es halt nicht komplett schnuppe, was wir als erstes kaufen. Vielleicht schaffen wir es auch schon, diese Folge drei Bäume wegzubringen. Ich weiß auch nicht, was das bringt. Vielleicht bringt das auch die Megakohle, weißt du? Der Hago, den Hago kennt ihr noch, ne? Der Hago hat gesagt, das bringt viel Geld. Hat er gesagt. Habe ich ihn gefragt, hat er gesagt, bringt viel Geld. Ist ein bisschen rumpelig hier, aber wir schaffen das. Vielleicht sollten wir auf der Seite anfangen, wo wo der Feld, wo das Feld, ne, wo der Feldrand dann sein wird. So muss ich es formulieren. Das wird irgendwo hier sein. Und ich glaube, die eins, zwei, drei Bäume werden es erstmal werden. So. Das Gute ist, da sind hier so viele Blätter dran, ne? Da sind jetzt nur mal... Kann ich auch mehr als die drei Bäume mitnehmen? Aber warte mal, ich muss das anders machen. Ich mach das... So. Dass er nach links wegfällt, weißt du? So. Läuft. So, jetzt ist der Tank leer des Helfers. Oh, guck mal. Das ist natürlich cool, ne? Weil da muss er nicht lang rumwerken. Ah, wir brauchen eine Baumsturmfräse. Die brauchen wir unbedingt. Die müssen wir wahrscheinlich auch kaufen. Aber tatsächlich kann ich das... Mal gucken, wie ich das mache. Weiß ich noch nicht. Wir haben heute schon einiges geschafft, eigentlich, ne? Es sind noch nicht... Es sind noch nicht viele... Fast auf den Starrer rauf, ne? Fast rauf. Fast aber nur. Das gehört nicht zum Baum. Das ist einfach so der Busch hier, ne? Okay. Dann machen wir den noch. Und dann haben wir die ersten drei Bäume schon gefällt. Und die können wir schon mal abtransportieren, würde ich sagen. Warte mal. Wie habe ich denn so... Ne, hier. So müssen wir es dann machen. So. Bin ja gespannt, ob das Geld gibt. Das ist so... Ja, was wir... Sag mal so, wenn ich die Kosten der Gerätschaften wieder drin habe, ne? Dann müsste das eigentlich passen. Weil es ist ja eigentlich nur Mittel zum Zweck, die Bäume, die hier stehen. Weil ich möchte eigentlich nur den Boden haben und nicht die Bäume, ne? So. Kurz gucken. So. Du... Ah, der hat ein Problem. Da können wir abhelfen. Vorwärtsgang, bitte. Danke. Wie kann ich denn entscheiden... Ach so, das entscheidet... Ah. Oh, das war falsch. Ähm. Ah, du kannst den Schieber wechseln da hinten. Seht ihr das? Okay, das ist cool. Das ist sogar sehr cool. Okay. Dann gucken wir jetzt mal, wie das hier funktioniert. Müsste eigentlich nur gerade... Einigermaßen gerade zurückfahren, ne? Der Rest müsste sich eigentlich von alleine klären. Oh, das ist halt so ein... Macht er das dann automatisch, oder? Null Sojabohnen. Okay. Was habe ich denn jetzt offen? Habe ich jetzt, äh... Ich muss hinten gucken, warte. Jetzt habe ich offen... Saatgut. Die Frage ist halt auch, ob er das automatisch überlädt, oder wie, oder was, oder was, oder wie, oder was, oder was, oder was, oder was. Ne. Wir könnten es aber auch anders machen. Wir könnten auch einfach den Traktor ein Stück zurückschieben mit der Sehmaschine. Ist, glaube ich, vernünftig hier. So, jetzt fahren wir den Stück zurück. Muss ich da die Taste drücken? Ah, ich muss die Taste drücken. Okay. Warum ist denn der Saatgut jetzt so voll? Don't know, ne? So, jetzt muss ich, glaube ich, hier vorne umschalten, ne? Zwischen Dünger und Saatgut. Wow, warum ist ein Saatgut jetzt auf einmal voll? Das war doch gar nicht voll. Ist das ein Bug? Was war denn nochmal umschalten hier? Äh, EK. So, jetzt schalte ich da hinten nochmal ein. Das funktioniert aber nicht so gut. Aber Dünger haben wir doch auch bei. Sehmaschine auffüllen. Ich würde es halt gerne noch mit Dünger bestücken, weißt du? Oder habe ich es jetzt kaputt gemacht? Ne, geht ja nicht. Noch. Geht noch, weißt du? Kann ich das nur machen, wenn wir... Manuelles Abtanken aus... Aktuelles Dünger gewählt. Das heißt... Ah. Geht da auch was rein oder geht das jetzt am Boden? Ne, geht schon was rein. Ich muss das erst freischalten. Ach, so ist das. Ja gut, dann haben wir unseren Job wieder ledig für heute. Aber warum das Saatboot jetzt voll ist, verstehe ich immer noch nicht, ne? Muss ich ehrlich so sagen. Keinen blassen Dunst, warum das so ist. Beschwerden möchte ich mich jetzt halt auch nicht, ne? Also... Alter, der Rapsding ist schon wieder voll, ne? Er ist aber schon wieder... Oh, cool. Er ist schon wieder auf der richtigen Seite. Also ich glaube, wir werden effektiv richtig Zeug wegbringen, werden wir erst, wenn wir hier mit der Ernte fertig sind, weil sonst sauert... Sonst ist immer was zu machen, ne? Ich war das nicht. Das war der Wind. Der Wind hier in Amerika, ne? Oh, ich sag euch das. Da kommt eine Böe rum. Oh, da kannst du dich aber festhalten. Am Grashalm. Dipp, 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 dipp. So, erstmal abfüllen hier. Ah, bin zu weit weg, ne? Wir müssen uns dringend einen größeren Anhänger kaufen. Dringendst. Ja, wobei, jetzt geht's noch. Kann ich dich so stehen lassen? Müsste eigentlich funktionieren. Ich möchte jetzt tatsächlich das noch ausprobieren, ne? Glaubt ihr, wäre der Star ein guter Forsttraktor? Ist eine gute Frage, ne? So, ein bisschen Zug lassen. Anschalten das Ding hier. Und gut, dass wir ein Forstprojekt haben. Deswegen weiß ich auch, wie das funktioniert. Warte, ich muss nachgucken. So. Genau, mit B, ganz klar. Dann fahren wir ein Stückchen vor. Ungefähr, ungefähr. Achso, jetzt habe ich mir das Seven-Eye gelegt, ne? Warte mal, wenn ich jetzt den hier nochmal abmache. So. Und jetzt den da hinten nochmal mache und ziehe, weißt du, damit er so rankommt. Aha. Jetzt kann ich hier aber so machen. Da müsste sich der nicht bewegen. Das ist richtig. Weil da kommen die ein bisschen auf Länge. Achso. Wow. Werner. Drückt Steuerung aus der Umschalt, weißt du? Man kennt ihn. Okay, das funktioniert schon mal sehr, sehr gut. Nicht die anderen kaputt machen, sondern entlang den Dingern fahren. Ja, ja, genau. Genau so wollte ich das haben. Stopp. So. Dann dich noch ran. Und dich noch ran am besten. Jetzt bin ich aber happy, wenn das jetzt funktioniert. Rundumleuchte. Ich würde gerne Rundumleuchte anmachen, wir haben auch keine Rundumleuchte. Ja, guckt dir mal das an. Bisschen hoch, das Ding und dann fahren wir los, ne? Fährt halt nur 10 km Mars, muss man auch dazu sagen. Aber, er fährt. Und wenn wir jetzt noch über die Gleise drüber kommen, das ist jetzt noch ein bisschen freaky, aber, wenn wir es hier noch mal ein bisschen ranziehen jetzt, ne? Wie war das nochmal? Warte mal, warte mal, so. Das ist die Frage, ob wir dazu über das Gleise drüber kommen. Das, glaube ich, wird schwierig, aber, ja, es läuft. Das war so ein bisschen mein, was ich nicht gewusst habe, was funktioniert, aber, läuft. Da hinten ist das Sägewerk, guck mal. Wenn ich es ausmache, ne? Fahre ich dann schneller? Oh, die Bäume wackeln aber schon ganz übel hinten. Es gibt bestimmt bessere und schlechte Möglichkeiten, aber ich finde das jetzt schon mal nicht schlecht, tatsächlich. Ich hoffe, dass das Sägewerk die Bäume auch nimmt, weil es sind ja nicht gleich ein Problem. Also, es gibt volle Möhren, nur zur Information, mehr geht gerade nicht. Wie fahren wir denn? Ich glaube, wir fahren oben rum. Ich finde das mit den Ketten, aber auch eine gute, gute Variante. Ich möchte jetzt nicht zu weit in das Nachbarsfeld reinfahren, so ein bisschen ist okay, aber zu weit muss jetzt auch nicht sein. Oh, nee, da. Oh, Bäume sind weg. Ja, wie gesagt, natürlich gibt es die Variante hier schneiden, verladen, wegbringen, dauert Ewigkeiten. Dauert Ewigkeiten. Ich werde mir, glaube ich, für hier einen CP-Kurs einfahren. Weißt du, drei Bäume, also alle niederschneiden, alle so ein bisschen mehr oder weniger auf Länge ziehen und dann immer drei Stück weg, 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 weg. Ich glaube, mehr ist wie drei gehen gar nicht. Könnte ich mir mal die Kommentare schreiben, wenn das ist. Nee, das ist gar nicht das Sägewerk, oder? Das ist irgend so ein Häuschen, da vorne ist das Sägewerk. Tja, 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 das siehst du wieder mal. Aber das ist trotzdem nicht schlecht, also wirklich nicht schlecht. Anschalten und dann können wir noch ein bisschen winden mit Y, ne? warte, warte, doch mit Y. Ein bisschen näher ran hier. So. Okay, haben wir noch alle drei? Haben wir noch alle drei. Wie viel glaubt ihr bringt das? Vielleicht habt ihr das schon gemacht und ihr wisst es jetzt schon, dann wäre es unfair, aber so jetzt für mich, so als Noob, ne? Der auf diesem Moment noch nicht viel gespielt hat, wären so, boah, lass mich jetzt schätzen. Also, 10.000 wären cool, ne? Wird nicht passieren, aber wäre cool. 10.000 wäre richtig, äh, Premium. Ich meine, das sind Mammutbäume, ne? Wurde mir gesagt, die bringen doch Geld. Oder wäre es besser, wenn wir die dann kurz vor Feierabend oder wenn wir die hier in Stücke schneiden und die Stücke dann abliefern? Was bringt mir, ganze Dinger oder Stücke? Also, 5, 6 Meter Stücke oder 10 Meter Stücke oder wie auch immer, wirklich ganz und fertig. Das fährt auch mal 20, ne? Läuft. So, wo muss denn das hin? Ich glaube, wir fahren gleich links. Weil der Kran kann ja auch nur links, weißt du? Ich glaube, oh, wir müssen hier links rein, ja. Ich wollte aber noch ein Thumbnail machen. Warte, 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 warte. Ganz kurz, warte. Ganz kurz nochmal Thumbnail machen, weil sonst, wenn die Bäume wechseln, kann ich schlecht ein Thumbnail machen. Das ist auch klar, ne? So. Okay, dann fahren wir da nochmal rein, ne? Hier vorne ist auch ein Trigger. Okay, dann fahren wir da rein. Wir gucken aufs Geld. 48.000 haben wir. Ach, Mann. Okay, da hat es das erste Ding weggeworfen. Das sind 10.000, ne? Guck an, sind 10, über 10.000, glaube ich sogar. 3 mal 3 sind 9, 21, 11, 12.000 vielleicht sogar. Ui, 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 hallo. Ja gut, liebe Leute, wir sind erstmal fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und dann morgen sehen wir uns wieder, wenn ihr möchtet um 9 Uhr. So eine weitere Folge hier auf der Platinum Edition, Estanzo, Palazzo, Fritz, Schlag mich tot, keine Ahnung, wie die Map heißt. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.